hallo hier ist martin von mann im bank ist dass die lachsanalyse für nun montag den 16 1.2023 und unser tag will ja einfach nicht springen selbst zum freitag den 13 hat er sich nicht unten ausgedrückt bekommen wir hatten eine schöne vorlage eigentlich gehabt also auch ein schönes niveau was erreicht wurde er sollte nur unter die 15.050 mal fallen das war so ein bisschen unsere bedingungen um mir zu sagen jetzt geht es tiefer und er ist aber einfach bei 1550 nur aufgesetzt aufgedreht und wieder hoch ans hoch zurück das als solches haben auch gestern gesagt wenn der bloß 1550 zurückläuft und wieder aufdreht und wieder hoch läuft dann kann er eben auch weiterhin kann er bereit weiter bis in die 200 rein bis in die 270 280 auch und ich glaube das war jetzt auch so zum montag so die entscheidungszone ich denke schon dass unser dax heiß genug gelaufen ist um hier langsam auch mal wieder ein bisschen anderen wind reinzubringen andere dynamik reinzubringen auf vielleicht auch mal auf den roten kerzen wieder ein bisschen mehr betonung zu setzen ist jetzt lang genug gestiegen es heißt natürlich nicht dass er noch weiter steigen kann natürlich kann er weiter steigen man sollte bloß langsam deutlicher rücksetzer potenzial auch damit einplan ich weiß das haben wir sagen wir eigentlich jeden tag im grunde genommen mit dazu wir müssen aber auch festhalten dass er jetzt wirklich drei oder vier tage immer wieder genau die punkt die wir genannt haben wo wir gesagt haben er muss sich über 14.700 halten dann hat sich über 14.700 gehalten da haben wir gesagt er muss sich über 14.800 halten dann hat er die 14.800 gemacht dann hat man nächsten tag gesagt die 14.59 dann hat er genau die 14.59 gemacht jetzt haben wir gesagt genau die 15.050 darüber muss er sich halten um die 15 ich glaube der wird jetzt in der kommenden woche also wahrscheinlich schon am montag das erste mal diese grenzpunkte die wir jetzt setzen werden auch mal unterreißen ja ich kann mir noch nicht vorstellen dass er gleich brachial los rennt und fällt ich könnte mir durchaus auch vorstellen dass er erstmal ein bisschen zur seite schiebt einfach tempo raus sind und man hat auch gesehen er nimmt deutlich tempo schon aus er nimmt bereits deutlich tempo schon auch aus der bewegung raus wir haben an anstiegsdynamik schon verloren das muss man schon sagen das ging zu beginn noch dynamischer das ist jetzt flacht schon leicht ab ja und ich würde deswegen durchaus damit rechnen dass die ersten short trigger punkte langsam dann auch unsauberer werden und er die ersten male auch drunter zurück fällt habe ich gesagt er jetzt einfach auch heiß gelaufen sie sind über 15.000 da zuckt der ein oder andere vielleicht schon der hier günstige etfs geschossen hat ob er da nicht mal auch was irgendwie verkauft aktien sind teilweise wirklich gut gerannt und von daher könnte ich mir schon vorstellen dass wie gesagt der ein oder andere verkaufs auch vielleicht auch aufkommen kann wir müssen zum montag aber bei 15 50 bleiben ja es ist weiterhin die abbruchbedingung auf der unterseite das wird es sich etwas ändern wenn wir auf 2 70 2 80 hoch schießen zum start vielleicht auch aufwärts gebringen 2 70 2 80 und er fällt uns von oben runter dann verschwimmt diese marke von 15 50 und steigt auf 15 100 bis 15 1 30 an denn das wird von hier oben kommt dann der support ja wenn der markt ist hier oben an der 2 70 2 80 ich denke schon dass wir dort eine schöne reaktion erst mal kriegen werden schöne gegenwehr reinkommen kann und er fällt dann von dort auf 15 1 30 15 100 zurück wird das dann die trigger marke dreht er sich hier wieder nur auf wie die letzten tage geht es wieder nach oben zurück weitere tages hochs einzuplanen und auch weitere wochen hochs dann einzuplanen sollte aber von oben 2 70 2 80 die 1 30 100 von oben nicht halten wäre das ein erster schwächemoment der bullen also derjenigen die den kurs die die kurs nach oben sehen wollen und würde dann natürlich eine offene flanke bieten den ein bisschen tiefer zu treten und dann wird er auch an die 15 50 antippen ja von daher wird ziemlich wichtig wie kommt da rein 15 2 70 15 2 80 ist wichtiger bereich kommt dort schöne roten kerzen durfte man auch durchaus schaut probieren wieder zurück auf die 15 1 30 15 100 und das wäre dann hier entscheidungszone macht euch aber trotzdem bewusst eine trend beschleunigung setzt immer dort ein wo man sie gar nicht mehr erwartet wo man immer der meinung ist im trend ist das schon weit gelaufen der ist doch schon heiß und so weiter und so fort deswegen stellt euch nicht einfach gegen den markt nur weil er schnell steigt sollte der per aufwärtsgeb reinkommen und absolut durch rennen wie ein bekloppt dann lasst den durch rennen wie ein bekloppten dann geht im zweifel mit kratzt euch immer mal ein paar long punkte wieder mit raus aber dann nicht sprach real dagegen stellen nach dem mutter der ist doch das kann doch gar nicht sein der kann doch nicht so weit steigen jetzt ja da muss doch jetzt fallen ja das bringt in der regel einfach nichts ja also das ist absolut undankbarste was man machen kann in der regel gehen die trades auch direkt ins minus dann dann sitzt man erst mal direkt nur im minus guckt stehen und positionen die ganze zeit den minus an und dann wenn sie ins gewinn kommt hat man gar nicht mehr die die physische psychische kondition an den trade dann tatsächlich auch noch bis ins ziel auszusetzen und bricht das dann irgendwo ab und dann arbeitet man falsch dann arbeitet man technisch nicht richtig ja wenn ich mir meine minus trade so lange angucke bis sie irgendwann wieder in gewinn laufen und sie dann klein platt treten dann dann handel ich instinktiv dann handel ich wie ein anfänger und das bringt mir auf das jahresende halt nichts von daher schön mit dem markt handeln und punkte ja 270 280 wäre wäre so eine stelle wo ich mir vorstellen können dass er schön eintritt darüber der nächste wichtige punkt wäre 350 und danach redet man schon über 400 420 ja das sind die nächsten wichtigen bereiche auf der oberseite für mich ist der markt durchaus reif hier in dem gebiet na auch die 15 1 15 wird mir vollkommen reichen für also insgesamt diese zonen ja 14 800 14 900 bis 15 200 das eigentlich so meine persönliche wo ich denken würde hier kommt auch wieder eine größere umkehr die auch mehrere tage vielleicht sogar wochen in anspruch nehmen kann auf die unterseite ein und von daher gucken wir mal wie er reinkommt am montag na wie wie hoch stößt das ich sehen überhaupt eine 270 280 oder drückte vielleicht von beginn an runter sollte er von beginn an runter drücken per abwärts gehabt vielleicht sogar ein leuten dann sofort vorsicht das sind immer ganz tricky sachen hat man sehr 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 oft dass an tops abwärts gaps plötzlich mal offen bleiben und die leute auf einmal ja und die sind die ganze zeit gehen die short und kaum kommt ein abwärts gehabt wollen die plötzlich long und den abwärts gap closen und dann sind die kurz und am top long obwohl sie die ganze zeit dagegen geschortet haben und gucken sich die ganze bewegung nach unten dann wieder verkehrt rum mit an das ist ganz 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 typisches bewegungsmarkt und anleger verhalten und deswegen sollte man da immer ein bisschen vorsichtig sein wenn man sowas sieht weil die anderen dann wieder verlieren und dann sollte man ja probieren selber da ein bisschen geld raus zu machen ja so deswegen kriegen wir abwärts gap ein bisschen kritisch werden und unter 15 50 wird er eben eine kleine umkehr einleiten er müsste mir aber trotzdem noch mal unter die 1950 dann halt auch wirklich drunter um dann hier sich auch auf übergeordneter ebene einfach um zu drehen ja aber eine rote tages kerze das wäre man schöner anfangen ich erwarte nicht dass wir prachial jetzt hier genauso schnell runter kommen wie wir hochgekommen sind würde mich eher erst mal darauf einstellen dass er vielleicht eher seitwärts leicht seitwärts irgendwie abkleckert ja gar nicht so prach herunter geht weil es so viel trenddynamik drin ist viel stärker auch gewesen so viele die auch einfach nicht mitgegangen oder mitgenommen worden ja die jetzt denn der markt ist einfach zu hoch ist die aber rein müssen die sich das gar nicht aussuchen können die keine ahnung von manager und was nicht alles gibt die eine gewisse investitionsquote zu erfüllen haben und jetzt präzisieren alter jetzt schon die halbe performance gelaufen im neuen jahr und ich bin auch gar nicht mit dabei die müssen natürlich dann die kleinsten rücksetzer kaufen und das wird würde so einen markt immer mal wieder dann sehr gut stabilisieren das hat man ja auch die letzten tage hier immer wieder gesehen wie auf den zonen die kleinen rücksetzer zonen immer wieder sofort angezogen ist das das verhindert in der regel dass er wie ein stein einfach runter fällt ja das heißt nicht dass er deswegen nicht fallen kann weil die jetzt reinkaufen sondern es heißt einfach nur dass er nicht wie ein stein wahrscheinlich fallen wird sondern immer wieder so nach oben anzug ja aber durchaus es ist ein schöner art wirklich ein attraktiver bereich um eine umkehr reinzustellen also mir gefällt es hier nicht dass mir mir gefällt wirklich nicht dass wir diesen trigger hier drin haben den haben wir hier vor ewigkeiten mal gesetzt das riecht mir eher danach wie jetzt hier einmal über der linie geschlossen und zurück das gefällt mir wirklich nicht so richtig steht dass die linie da oben drin habe aber ich will sie jetzt auch nicht so lange schieben bis wir sie irgendwann nicht mehr schieben das wäre dann auch trick 17 und selbst verarsche wir sehen jetzt hier einen 76er retracement noch im bereich um 250 ja als von der gesamten abwärts streppe von hoch bis tief haben wir hier 76er retracement das ist vielleicht auch noch interessant so dass diese zone da über der 200 knapp unter der 270 280 wirklich attraktiv jetzt auch noch mal wäre zum montag aber er muss sie nicht schulen das muss auch klar sein das ist wir sind auf einem schönen niveau nachdem man wo man von wie viel punkte haben wir jetzt hier wir sind gekommen von 700 sind hier von 700 gekommen dann haben wir jetzt hier 1500 punkte am stück gelaufen mit fast ausschließlich nur grünen kerzen das ist kann mir schon gut vorstellen dass wir hier eine gedrehung reinkriegen jetzt ja die nächsten zwei tage auch wenn das montag nicht macht wird das denstag machen ja deswegen passen ein bisschen auf dennoch nicht blind dagegen stellen ich hoffe das habt ihr verstanden wenn wir nur stärke sehen dann wird auch stärke getradet ganz egal was wir haben wollen ganz egal was wir glauben zu denken und wie sich ein markt entwickeln kann das muss das gehandelt werden was war was hier passiert hat dann wir müssen mit dem markt an nicht gegen den markt mit dem markt egal wie verrückt und abstrus der ist ja wenn der hoch rennt auf 16.245 am stück dann darf es nicht sein dass wir hier 20.000 mal short gegen gehauen haben weil wir uns einfach nicht vorstellen konnten dass er das machen kann der markt kann immer alles machen grundsätzlich und deswegen kann man sich überlegungen machen man kann sich hinstellen und man kann sagen ich glaube schon dass er jetzt bei 15 200 sich eintritt oder fällt oder wie auch immer aber man sollte auch wirklich erst dann die shorts zünden wenn man halt auch wirklich die richtigen signale dafür kriegt halt ne und nicht einfach aus prinzip oder meinung oder was auch immer das macht es sonst nicht besser dann braucht man auch charttechnik nicht machen und chartanalyse wenn man am ende doch bloß seine eigene meinung handelt dann hat man nichts gewonnen steht die ganze zeit nur gegen markt hat immer nur positionen die minus größer werden die im gewinn eher nicht ja und dann bringt nichts deswegen schön auf die kerzen achten schön mit dem markt handeln und mitschwimmen gut freunde ich mach dann hier zu denkt an seminar wer noch interesse hat plätze werden langsam enger ich wäre auch wahrscheinlich jetzt morgen des jahres ausblicksanalyse sprechen das geht dann auch noch mal per mail an unsere verteiler leute also an an alle die letztendlich bei money monkeys ein konto haben da kommt auch noch mal der hinweis mit dem seminar rein und ich denke dann wird es langsam auch wirklich eng mit den plätzen und von daher wer noch haben will einfach melden und e mail adresse hänge ich hinten dran und dann wünsche ich euch einen erfolgreichen montag und wir hören uns morgen wieder bis dann tschüss